Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich beim fünften und letzten Sommergespräch vor der Nationalratswahl heute mit dem SPÖ-Vorsitzenden Bundeskanzler Christian Kern. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ins Parlament hier im Hintergrund unseres Sommergesprächestudios ist die SPÖ zuletzt als die größte Fraktion eingezogen. Wie das in Zukunft sein wird, das entscheidet sich bekanntlich am 15. Oktober. Und weil dieser Termin schon sehr nahe ist, hat auch mittlerweile die intensive Wahlkampfphase begonnen. Herr Kern, vor diesem Wahlkampf waren Sie in den Medien viel gefeierter Hoffnungsträger, nicht nur für die Sozialdemokratie. In den letzten Monaten hat es dann einigermaßen zu knirschen begonnen. Mit anderen Worten, der Wahlkampf ist nicht immer ganz so rund gelaufen, wie sich das die SPÖ wohl erwartet hat. Wo war denn rückblickend aus Ihrer Sicht die Wendung der Dinge vom Retter der SPÖ zur Realität der Politik? Zunächst einmal möchte ich mich herzlich für die Gelegenheit bedanken, heute mit Ihnen über wichtige inhaltliche Fragen zu diskutieren. Was wir beide ja nicht können, ist über gemeinsame Urlaub in meiner Kanzlerzeit zu diskutieren. Die hat es ja bekanntlich nicht gegeben. Ich finde das bedauerlich, dass der Außenminister und ÖVP-Chef und seine engsten Mitarbeiter da Unwahrheiten darüber verbreiten. Aber mir ist wichtig, Ihnen zu versichern, wie auch immer hart Sie fragen werden, ich werde nachher sicherlich nicht wehleidig mich über den ORF beschweren. Das ist ganz wesentlich, weil ich Respekt vor der journalistischen Arbeit habe. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, um darauf zurückzukommen. Ich denke, wir sind jetzt mitten in einer Wahlauseinandersetzung, wo es um eine wirkliche Richtungsentscheidung für Österreich geht. Also in welche Richtung das Land steuert. Und natürlich ist es so, dass man da in den Umfragen lieber vorne ist als am zweiten Platz. Auch das ist richtig. Aber ich würde meinen, dass die Themen, die wir haben, geeignet sind, um das Land in eine gute Zukunft zu führen. Deshalb bin ich da durchaus zuversichtlich, was die Wahlauseinandersetzung betrifft. Über die Themen werden wir ja auch ausreichend sprechen. Ich möchte eingangs aber doch noch ein bisschen beim Wahlkampf bleiben, weil er eben schon so intensiv und präsent ist. Aber hat es da nicht doch auch viele handwerkliche Fehler auch gegeben, die Sie gemacht haben? Beispielsweise nur in Erwägung gezogen zu haben, denn Gott sei bei uns der SPÖ, den Heider Intimus, Stefan Petzner als Mitarbeiter zu engagieren? Oder haben Sie auch zu wenig Acht darauf gegeben, mit welchen strafrechtlichen Vorwürfen Tal Silberstein, ein anderer Berater, schon bedacht war, Monate bevor er für diesen Wahlkampf engagiert wurde? Nein, da sind sicher Fehler passiert. Das ist überhaupt keine Frage. Also das ist so, wie Sie es konstatieren. Das mit dem Herrn Petzner bei aller Wertschätzung und Respekt vor dem Herrn Petzner ist falsch. Das stimmt so nicht. Der wurde nicht in Erwägung gezogen. Der vertritt eine andere Partei und völlig andere politische Linie. Aber Sie haben ihn empfangen einmal. Ja, ich habe mit vielen Leuten diskutiert. Sie würden sich wundern, wie lange die Liste ist. Da könnte man viele Sommergespräche drüber führen, weil ich mich mit verschiedenen Menschen immer wieder über politische Perspektiven unterhalte. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber was die andere Kause betrifft, muss man sagen, ja, da ist ein Vertrauensverhältnis enttäuscht worden. Im Nachhinein betrachtet muss man sagen, ja, das hätten wir früher beenden sollen. Aber als es klar geworden ist, was es ist, haben wir unmittelbar die Konsequenzen gezogen. Aber war das der Wendepunkt oder hätte jetzt retrospektiv aus heutiger Sicht nicht ein Punkt genützt werden müssen, um in Neuwahlen zu gehen? Nämlich der, als es noch zunehmende Zustimmung gegeben hat rund um die Präsentation des Plan A? Nein, da haben Sie recht. Das war auch die Meinung, die viele gehabt haben. Und auch viele in meinem persönlichen Umfeld sind gekommen und haben gesagt, komm, mach das. Kurz nachdem ich Kanzler geworden wurde, wurde nach dem Plan A rund um das Regierungsprogramm. Nur mein Verständnis ist ja, ich bin in die Politik gekommen vor etwas über einem Jahr, weil ich Verantwortung fürs Land übernehmen möchte. Und Verantwortung bedeutet, dass man die übernimmt, nicht nur bei Sonnenschein, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn es einem nicht nützt. Und für mich war immer klar, mit Österreich spielt man nicht. Und deshalb stehen wir zu dem Regierungsprogramm, das wir mit Reinhard Mitterlehner vereinbart haben, das, glaube ich, wirklich erhebliche Erfolge jetzt zeigt. Und wo auch Reinhard Mitterlehner einmal gemeint hat, es ist das beste Programm, wer jemals dabei gewesen ist. Und ich denke, es ist richtig, diesen Weg fortzusetzen. Und da muss man nicht auf seinen eigenen persönlichen Vorteil schauen oder den eigenen persönlichen Ehrgeiz befriedigen. Weil mir geht es ja, pardon, genau. Aber das war ja dann letztlich auch schon wieder ein Kompromiss. Das war nicht der Plan A, der im Regierungsprogramm gestanden ist. Nun A, weil es eben ein gemeinsames Papier mit ÖVP und SPÖ war. Und da stellt sich dann die Frage, wie viel Kompromiss mussten Sie da eingehen? Wie viele Abstriche machen, um da noch weiter regieren zu können? Vor dem Hintergrund, dass Sie ein sehr einprägsames Zitat geliefert haben in einer Ihrer ersten Reden, die Sie gehalten haben, die Menschen brennen nicht für Kompromisse. Warum sind Sie trotzdem dann einen solchen noch eingegangen zu einem Zeitpunkt, wo man, wo viele Beobachter schon gesagt haben, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr lang ausgehen? Naja, das war ein, wie ich meine, sehr, sehr guter Kompromiss. Weil wenn Sie sich anschauen, wo wir heute stehen mit dem, was wir gemeinsam gemacht haben, muss man sagen, diese Regierung hat erhebliche Erfolge gefeiert. Weil wir haben eine echte Trendwende geschaffen. Als ich Bundeskanzler geworden bin, war die Stimmung am Boden. Das Wirtschaftswachstum war im europäischen Schnitt sehr schlecht. Die Arbeitslosigkeit war auf Rekordniveau. Und wenn wir heute Bilanz ziehen, nach 200 Maßnahmen, Initiativen und Gesetzen, sind die Maßnahmen, die ich durchgesetzt habe, eine echte Trendwende. Wir haben mittlerweile eine Rekordbeschäftigung. Wir sind beim Wirtschaftswachstum bei den Besten in der Eurozone. Wir haben 80.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und wenn Sie sich die Bilanz weiter durchschauen, wir haben auch geschafft, die Migration deutlich zu reduzieren. Die ist signifikant runter. Und bei all dem ist auch die Steuer- und Abgabenquote gesunken. Und das Budgetdefizit in Relation zum BIP ist auch runtergegangen. Das heißt, die Zusammenarbeit war erfolgreich. Und eine Bemerkung noch, da darf man dann nicht drauf schauen, hilft das der SPÖ? Weil meine erste Frage ist, was hilft Österreich? Und dieses Programm bringt uns wieder in die Spur. Und deshalb möchte ich auch nach dem 15. Oktober für ein Mandat kämpfen, das so fortzusetzen. Aber heißt das eben doch, dass es viel mehr Kompromisse braucht, als das da angeklungen ist in diesen viel beachteten und viel zitierten Reden in vielen Medien. Willy Brandt, SPD, also deutsche Sozialdemokraten hat eins gesagt. Die Sozialdemokraten seien das Donnernde sowohl als auch, weil sie schon innerhalb ihrer Partei die zwei Flügeln ausgleichen müssen, die traditionellen Arbeiter- und Gewerkschaftsflügel auf der einen Seite und den Gesellschaftsliberalen auf der anderen. Das heißt, die grundsätzliche Frage, braucht es eben so viel Kompromiss und müssen wir das den Menschen kommunizieren oder ist das eine mangelnde Akzeptanz, die für solche Kompromisse im Land herrscht? Nein, das glaube ich gar nicht, weil entscheidend sind die Ergebnisse. Ich komme aus einem Unternehmen, da zählen nicht die bunten Plakate, da zählen nicht die bunten Luftballons, die flotten Sprüche oder die schicken Anzüge, sondern da zählt, was am Ende rauskommt, was die Menschen spüren von dieser Politik. Und ich denke, diese Strategie auf Wachstum zu setzen, Österreich erfolgreich zu machen, die hat sich ausgezahlt und die wird sich auch in höheren Einkommen mehr Beschäftigung und mehr Investitionen in unsere Infrastruktur und Gesundheitssystem niederschlagen. Und das ist das, worum es mir geht. Dass man da Kompromisse macht, das ist im politischen System zwingend. Also ich würde mich freuen, wenn wir die absolute Mehrheit erringen, aber ich gehe davon aus, das wird auch in der nächsten Periode ziemlich leicht ausgehen. Aber schwierige Kompromisse beginnen ja schon in der eigenen Partei und die Wiener SPÖ zeigt zum Beispiel gerade, welche gemacht werden müssen. Da gibt es zwei Flügeln und da kommen wir gleich zu einer heiklen Frage, die die SPÖ in ihren Grundsätzen berührt, nämlich kann sie mit einer heider geprägten und von Strache geführten FPÖ zusammengehen? Das ist diese Grundsatzfrage. Dafür gibt es jetzt ein Papier, das in einem monatelangen Prozess erarbeitet wurde. Wertekompass genannt und um in der Metapher zu bleiben, ist die FPÖ jetzt im Magnetfeld dieses Kompasses? Nein, der springende Punkt ist, wir haben bei der FPÖ 30 Jahre lang die Haltung vertreten, dass wir aus grundsätzlichen Gründen mit ihnen nichts zu tun haben wollen. Das Ergebnis ist gewesen, dass sich die FPÖ in einen Winkel zurückgezogen hat und beleidigt gesagt hat, ja, die wollen ja nicht. Und hat sich immer so als der Verfolgte aufgespielt und ja, mit einer gewissen Beleidigtheit. Und ich wollte die Methode verändern, weil die erste war zuletzt nicht mehr besonders erfolgreich, weil die FPÖ ja trotzdem weitergewonnen hat. Und deshalb habe ich gesagt, machen wir es anders. Definieren wir für uns, wofür wir stehen, was wir wollen. Und wir haben mit dem Plan A einen Katalog vorgelegt und ein Programm, wo jeder nachschauen kann, wofür wir stehen. Aber bleiben wir beim Wertekompass, der ist mir jetzt wichtiger, nämlich weil ich wissen möchte, ob die FPÖ grundsätzlich eben jetzt doch in Frage kommt, entgegen des Parteitagsbeschlusses. Ja, ich denke, das Problem ist schon die Schwelle davor, weil schauen Sie sich mal an, was wir da vorgeschlagen haben. Wir haben gesagt, wir machen bewusst eine Politik für die Mittelschicht in Österreich, für die 95 Prozent. Da stehen Dinge drinnen, dass wir gesagt haben, gut, wir wollen, dass die Steuerlast sinkt, aber Millionen Erben sollen in Zukunft einen Beitrag zahlen. Wir kommen auch noch auf die Erbschaftssteuer. Ich möchte jetzt wirklich ganz kurz diesen Punkt abhandeln und wissen, unabhängig von Koalitionsbedingungen, die Sie auch festgelegt haben, weil parallel mit dem Wertekompass ist ein Koalitionsbedingungskatalog erschienen. Da geht es um sehr konkrete Dinge, wie Sie es jetzt gerade aufgezählt haben, um die Anzahl von neu anzustellenden Lehrern oder einzusetzenden Polizisten etc. Das ist das eine. Das kann man verhandeln, da kommt man zusammen oder kommt man nicht zusammen. Die große Frage ist doch eine andere, nämlich, ob im Wertekompass diese Partei umfasst ist, ob es also ein grundsätzliches Infragekommen der Freiheitlichen als Koalitionspartner gibt. Wir haben doch Folgendes getan und es tut mir leid, ich kann es nur so beantworten, weil das auch die einzig richtige und wahre Antwort ist. In dem Bestreben, die FPÖ grundsätzlich auszuschließen, haben wir in Österreich eines erreicht, dass die ÖVP die ewige Regierungsmacht geworden ist. Das heißt, die sitzen in der Mitte des Systems, wissen, dass sie immer ihre Machtpositionen behalten werden. So, wir haben gesehen, dass in der Regierungszusammenarbeit das schwierig ist, mit der ÖVP zu guten Ergebnissen zu kommen, aus Gründen, die ich jetzt gar nicht bewerten möchte. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eine andere Form der Diskussion, die inhaltlich geleitet sein muss. Und das ist auch mit dem Wertekompass so. Wir haben gesagt, nach der Wahl sprechen wir mit allen Parteien, also auch mit allen, die ins Parlament kommen. Und dann werden wir bewerten, was das personelle Angebot ist, was die inhaltlichen Vorstellungen sind. Und dann werden wir über eine Koalitions- und Regierungsbildung entscheiden. Ich werde vor der Wahl aus diesen Gründen auch niemand ausschließen. Es sei denn, es passieren solche Vorfälle wie mit dem Herrn Abgeordneten Hübner, der sich evident und offensichtlich antisemitisch geäußert hat, im Übrigen auch absurderweise über mich. Und dann muss man ganz klar sagen, mit solchen Personen wollen wir nichts zu tun haben. So, und wenn die FPÖ jemals ein Regierungspartner für die SPÖ sein soll, dann werden sie sich sehr weit auf uns zu bewegen müssen, weil wir natürlich genau beobachten, wie ist das mit dem Herrn Hübner, wie ist das mit anderen. Ja, aber da werden jetzt immer vermischt Koalitionsbedingungen, da geht es um die Sache. Und auf der anderen Seite grundsätzliche Positionen, die die Partei vertritt. Warum ist es für Sie so schwierig jetzt zu sagen, ja, die ist in diesem Magnetfeld Wertekompass der SPÖ drinnen. Das geht sich auch aus mit so manchen grundlegenden Punkten, die da drinnen stehen, beispielsweise Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft oder Antifaschismus. Das sind so Dinge, die in diesem Wertekompass drinnen stehen. Können Sie sagen, ja, das umfasst auch die FPÖ, so wie jede andere Partei, die da möglicherweise ins Parlament kommt? Ich habe klar gesagt, ich schließe niemanden aus. Aber was da jetzt passiert, ist ja ein völliges Ablenkungsmanöver. Wir wissen, dass eine schwarz-blaue Regierungszusammenarbeit vorbereitet wird. Die ÖVP und die FPÖ haben ein Wirtschaftsprogramm, wo du nicht weißt, wer von wem abgeschrieben hat. Die FPÖ tut sich schwer, wenn es um Maßnahmen der sozialen Gerechtigkeit geht, beim Mietrecht, bei der Erbschaftssteuer und so weiter, mit uns mitzutun. Ich sehe im Moment keine Grundlage für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ. Inhaltlicher Natur. Inhaltlicher Natur. Nicht grundsätzlicher. Und das ist der richtige Weg auch. Weil ich will nicht, dass sich die Beleidigten in den Winkelchen stellen können. Ich will sie zur Auseinandersetzung zwingen. Und dann möchte ich, dass wir auf offener Bühne das diskutieren. Und dann kann jeder Österreicher und Österreicherinnen sagen, wer vertritt meine Interessen? Weil in der Politik geht es nicht um die Fassade. Da geht es um Interessen. Um beinharte Interessen. Wer setzt sich durch? Wer steht wofür ein? Und da bin ich davon überzeugt, dass das ein augenöffnendes Element und Vorgang für die Österreicher sein wird. Und trotzdem gibt es noch diesen Parteitagsbeschluss. Jetzt sagt die FPÖ, solange es den gibt, sind wir trotzdem ausgeschlossen. Weil der legt eben fest, nicht mit der FPÖ. Wie soll der allenfalls in Regierungsverhandlungen, so sie die nach der Wahl mit dieser Partei führen, wie soll der ausgehebelt werden? So schnell lässt sich ja dann nicht ein Parteitag einberufen. Also jede Partei muss das für sich entscheiden. Wir haben diesen Parteitagsbeschluss, haben gesagt, falls wir jemals ernsthaft darüber nachdenken, ob wir hier in eine Regierungszusammenarbeit gehen, dann muss es natürlich eine Urbestimmung geben. Das ist sozusagen noch das einzige Instrument, das über einen Parteitag der SPÖ steht. Aber nicht in den Statuten? Pardon? Nicht in den Statuten? Nein, aber das ist das, worauf wir uns verstanden haben. Das wird möglich sein, das so zu regeln. Aber ganz ehrlich, wir führen hier eine artifizielle Diskussion über etwas, wo ich sage, das ist Lichtjahre entfernt. Ich kann nur noch einmal wiederholen, ÖVP und FPÖ. Wir führen die Diskussion natürlich deswegen, weil es die FPÖ nicht mehr ins Treffen führt, dass sie trotzdem noch ausgeschlossen ist durch diesen Parteitagsbeschluss, der sich nicht aufheben lässt. Aber da geht doch das Gejammere weiter. Ganz ehrlich, die sollen doch manns genug sein und sagen, führen wir die Auseinandersetzungen, reden wir, worum es in der Politik geht und ich bin bereit, das zu tun. Weil er laut Statuten das höchste Parteigremium ist, der Bundesparteitag. Und sozusagen der Beschluss nur außer Kraft gesetzt werden kann, durch das Faktische natürlich. Und man sagt, ja, kümmern uns nicht drum und machen eine, so wie bei CETA, eine schnelle Befragung der Mitglieder. Das wäre nach Verhandlungen... Wenn wir alle Mitglieder befragt haben, ist das perfekt. Aber glauben Sie mir, wir verschwenden jetzt viel Gesprächszeit und Lebenszeit mit einer Frage, die sich so am Ende, am 16. Oktober wohl kaum stellen wird. Gut. Ein Thema, das ihm in engem Konnex mit der FPÖ gestanden ist, ist das Thema Sicherheit. Verteidigungsminister Hans-Peter Toskuzil deckt dieses Thema in Ihrem Team ab. Den wollen Sie in der nächsten Regierung zum Sicherheitsminister machen. Und ich will jetzt gar nicht über mögliche allfällige Kabinette und deren Besetzung hier sprechen, sondern über etwas anderes, sehr Grundsätzliches. Nämlich, ob diese Zusammenlegung von Militär und Polizei bei einem Sicherheitsminister nicht an einem Tabu rüttelt, das gerade die SPÖ immer hochgehalten hat. Auch aus historischen Gründen. Da haben Sie völlig recht. Das sehe ich ganz genauso. Und ich möchte Hans-Peter Toskuzil zum Sicherheitsminister machen, weil ich davon überzeugt bin, der soll die Polizei und die innere Sicherheit übernehmen. Der Mann weiß, wovon er spricht. Der hat als Streifenpolizist begonnen, er hat jetzt das Bundesheer hervorragend gemanagt und wird sicherlich auch ein hervorragender Manager und Politiker im Innenressort. Das war die Überlegung dahinter. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist ganz einfach. Sie haben aber mal gesagt, er soll seine Agenten nicht nur behalten, sondern auch ausweiten um diese Zuständigkeiten. Also das war falsch interpretiert. Nein, nein, das war eine völlig falsche Interpretation. Das ist wirklich ein Grunddogma, dass wir da eine Gewaltenteilung zwischen Herr und Polizei wollen aus gutem Grund und aus vielen historischen Erfahrungen. Also entweder oder. Genau. Er ist entweder Innenminister oder Verteidigungsminister in einem allenfälligen nächsten Kabinett. Und das wird nicht zusammengelegt. Toskuzil, bleiben wir bei ihm, steht auch für einen Flügel in der Flüchtlingspolitik der SPÖ. Stichwort Panzer und Brenner. Häupl steht für einen anderen Stichwort. Die 50 nehme ich sofort in Ottakring. Gemeint ist damit, dass Flüchtlinge, die in Italien damals oder noch sind im Zuge des EU-Umverteilungsprogramms, Relocation-Programms nach Österreich hätten kommen sollen. Und da ist die Frage, hat sich da jetzt in der SPÖ und bei Ihnen vor allem die härtere Linie durchgesetzt? Nicht zuletzt haben Sie auch einen Brief nach Brüssel geschrieben. Wir hier in Österreich sollen von diesem Relocation-Programm jetzt einmal vorerst verschont bleiben und nicht noch durch Umsiedlung weitere Flüchtlinge bekommen. Ja, das war, weil wir bereits unsere Rechnung nach 12.500 genommen hatten. Also die Zahl von 1.700, die da im Raum stand, übertroffen hatten. Aber der Punkt ist ja, ich glaube, der Kern Ihrer Frage ist ja ein anderer. Ich habe interessanterweise am Wochenende eine alte Aussage von Michael Häupl aus dem Jahr 1996 gelesen, der ja als Proponent einer anderen von Ihnen zitiert, Flüchtlingspolitik gilt. Der hat damals gesagt, wir können nicht jeden nehmen, der kommen möchte und alle müssen sich an die Regeln halten. Und das ist bis heute die Linie entlang, der wir auch in der Migrationspolitik agieren. Weil uns ist bewusst, dass wir helfen müssen bis zu den Grenzen unserer Möglichkeiten, aber nicht darüber hinaus. Weil wir dann keine solidarische Gesellschaft mehr haben werden, sondern eine zerfallende Gesellschaft. Um dem Thema Zuzug und Zuwanderung zu begrenzen, brauchen wir europäische Lösungen. Das ist ja auch der Grund, warum wir in diesem Jahr so erfolgreich waren, weil die Vereinbarung der EU-Kommission mit der Türkei hervorragend funktioniert. Man muss sagen, die Türken halten sich da an die Vereinbarungen. Und jetzt sehen wir auch schon die ersten Fortschritte mit Libyen, die unter der italienischen und EU-Führung wiederum passieren. Das heißt, wir als Österreich müssen uns da engagieren. Und wenn wir das erreicht haben, dann ist für uns auch klar, dass solange das nicht der Fall ist, dass wir unsere eigenen Grenzen zu schützen haben. Und das ist einer der Gründe, warum wir den Assistenzeinsatz ausgeweitet haben. Das sind gemeinsame Beschlüsse von ÖVP und der SPÖ in der Bundesregierung gewesen, zu denen stehe ich auch. Weil Sie Michael Häupl mit einem sehr lang zurückliegenden Zitat jetzt ins Spiel gebracht haben, das sich sehr unterscheidet von der Art, wie er seinen letzten Wahlkampf, Gemeinderatswahlkampf angelegt hat, möchte ich zu der Frage kommen, ob es eigentlich einen Unterschied gibt zwischen linker und rechter Flüchtlingspolitik und wie man den erkennen kann. Also ich denke, es gibt eine vernünftige Flüchtlingspolitik und dazu gehört der Schutz der Grenzen. Dazu gehört auch, dass sich alle, die zu uns kommen, an die Regeln halten müssen. Wer etwas anstellt, der muss sein Bleiberecht verbieten. Aber gibt es einen Unterschied? Weil das hört man jetzt, also so wie Sie das jetzt gerade geschildert haben, ist das im Wesentlichen von vielen Parteien, ich würde jetzt meinen, im Wesentlichen von den drei großen Parteien ÖVP, FPÖ und SPÖ ähnlich zu hören. So wie Sie es jetzt in dieser Allgemeinheit geschildert haben. Aber lässt sich einen Unterschied ausmachen? Gibt es so etwas wie eine spezifisch linke Flüchtlingspolitik? Also ich glaube, das ist in der Tat so, wie Sie sagen, eine interessante Analyse, aber das hat sich tatsächlich sehr angenähert. Ich glaube, es gibt einen großen Punkt und der heißt, die Würde des Menschen ist unteilbar. Der erste Artikel der Menschenrechtskonvention, der uns verbindet, weil der springende Punkt ist, vielleicht ist das der große Unterschied, dass wir auch sagen, es geht, ja, es geht um Grenzschutz, es geht darum, dass sich alle an die Regeln halten, aber es geht auch darum, wie wir langfristig eine Gesellschaft bilden, die sich nicht spaltet, wo nicht gehetzt wird, wo nicht eine gegen den anderen ausgespielt wird. Weil was auch eine Realität ist, hier sind Menschen zu uns gekommen, die auch bleiben werden, weil sie einen Asylgrund haben. Und jeder, der meint, der kann die in eine Ecke stellen und sagen, weg mit denen und wir wollen die alle nicht mehr, der begeht einen großen Fehler, weil unser Ziel muss sein, denen die Chance zu geben, in unserer Gesellschaft zu arbeiten, unsere Werte zu verstehen, sich an die Kultur anzupassen und dann Steuern und Beiträge zu zahlen. Das ist langfristig die einzige Möglichkeit, mit dem Phänomen umzugehen. Und ich würde mal meinen, bei der moderaten Flüchtlingspolitik, wenn man so will, ist der Punkt, das Integrationsinteresse steht da viel stärker im Mittelpunkt, als bei denen, die glauben, man kann das alles durch Wegsperren lösen. Das ist interessant, dass Sie jetzt gesagt haben, diese Positionen zwischen linker und rechter Flüchtlingspolitik sozusagen haben sich weitgehend angenähert, weil gerade bei der Mittelmeerroute hat man gesehen, wie da die Parteien um Positionen ringen und sie waren, was die Schließungsmöglichkeit betrifft, ja immer sehr skeptisch, was die Möglichkeit betrifft. Und jetzt ist sie de facto geschlossen, kann man sagen. Im August waren nur mehr 90 oder 90 Prozent weniger, sind weniger Menschen übers Mittelmeer gekommen, als im August des Vorjahres. Also es ist nicht nur de facto weitgehend zu, sondern Sie selbst haben bei Vorstellung eines Sieben-Punkte-Programms zur Migrationspolitik davon gesprochen, dass die illegale Migration aus Afrika binnen zwei Jahren auf Null gedrückt werden soll. Also das ist ja im Grunde genommen auch die Forderung der Sperre der Mittelmeerroute. Also jeder vernünftige Mensch möchte das natürlich, dass die illegale Migration auf Null reduziert wird. Mein Kritikpunkt war nur einer, der, wenn man so will, eher in der Form bestanden hat, aber der hat dafür deutlich. Wir führen in Österreich oft zu den Diskussionen, wo wir dann meinen, die Europäische Kommission ist an allem schuld, machen die zu Sündenböcken. Inweit können wir diese Dinge nur europäisch lösen. Und wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, die Mittelmeerroute muss geschlossen werden, dann ist das für mich manchmal so, als ob manche Politiker den Mond anheulen und zu tun, als ob sie nichts damit zu tun haben. Wir sind die EU. Wir müssen hier bereit sein, unsere Beiträge zu leisten und eine Rolle zu spielen, uns international zu engagieren. Und der springende Punkt ist, internationales Engagement ist Kooperation. Ich stehe regelmäßig in Kontakt mit dem italienischen Premier Paolo Gentiloni. Wir diskutieren diese Fragen ständig. Wir versuchen ihn auch dabei zu unterstützen, weil wir wissen, dass der Erfolg der Gemeinsamen nur das Problem dann auch in Österreich lösen wird. Und was nicht geht, ist, wenn wir dann immer so eine Politik betreiben, die dann polarisiert, die in dem Fall die EU als Sündenbock sucht, anstelle uns da zu engagieren und auch die Bereitschaft zu erklären, entweder mit finanziellen Mitteln oder sonstiger Unterstützung einen Beitrag zu leisten. So leicht können wir es uns nicht machen. Und das ist das, was mich bei der Diskussion stört, weil als Bundeskanzler muss ich Lösungen produzieren und kann ich Pressekonferenzen oder Interviews geben. Das gehört dann auch dazu, aber zunächst einmal muss eine Lösung her. Und das ist manchmal klüger, hinter verschlossenen Türen die Dinge vorzubereiten, als den italienischen Partnern irgendwas auszurichten, und was die gefälligst zu machen haben und selber so zu tun, als ob es uns nichts angeht. Für viele Menschen ist mit der Flüchtlingspolitik auch vielfach die Gerechtigkeitsfrage verbunden. Da wird dann verglichen, was bekommt eine österreichische Mindestpensionistin und was bekommt eine asylberechtigte Familie beispielsweise. Verstehen Sie, dass dieser Vergleich die Menschen gegenwärtig viel mehr interessiert und auch aufregt, als wenn Sie arm und reich vergleichen? Nein, ich denke, ich würde auch die Analyse nicht teilen, dass die Menschen nur diesen einen Aspekt sehen. Erstens einmal sind diese Vergleiche ja oft völlig willkürliche Rechenexempel, die selten zutreffen. Aber der springende Punkt bei der Mindestsicherung ist ja, wir haben die Aufgabe, für ein friedvolles Zusammenleben zu sorgen und dafür zu sorgen, dass die Armut zurückgeht. Und das ist uns mit der Mindestsicherung gelungen. Österreich ist eines der Länder, wo die Armutsgefährdung in den letzten Jahren nicht gestiegen ist. Das ist ein gutes Modell. So, jetzt muss aber auch klar sein, dass diejenigen, die arbeiten, mehr haben müssen, als die, die nicht arbeiten. Das ist sonnenklar alter sozialdemokratischer Grundsatz. Unsere Strategie ist jetzt aber dafür zu sorgen, dass die Einkommen gestärkt werden. Indem wir für einen Mindestlohn kämpfen, indem wir für Steuererleichterungen für die ersten 1.500 Euro, da wollen wir gar keine Steuern sorgen, und eine Strategie entwickeln, wie wir gemeinsam reicher werden. Das muss ja das Ziel sein. Weil das Problem ist ja, der Zusammenhalt einer Gesellschaft sieht vor, dass man auch Menschen, die es brauchen, vorübergehend unterstützt. Und bei der Mindestsicherung, das ist die Diskussion, die nämlich nicht geführt wird, ist es so, dass die durchschnittliche Verweildauer rund acht Monate ist, dann kommen die Leute wieder in den Arbeitsmarkt zurück im Schnitt, beziehungsweise der durchschnittliche Mindestsicherungsbezug 340 Euro. Und da geht es meistens um Aufstocker, diesen niedrigen Pensionen, Arbeitslosengeld oder Einkommen. Aber gerade bei Asylberechtigten wird eben diese Gerechtigkeitsdiskussion dann sehr oft geführt, oder über diese Vergleichsmodelle. Da war meine Frage, ob das Verständnis trifft. Also da habe ich eine klare Haltung. Wir müssen schauen, dass wir die Zuwanderung reduzieren. Illegale Migration, Wirtschaftsflucht in Österreich wird nicht gehen. Aber dasselbe gilt auch für das Regeln einhalten. Aber da gibt es schon einen entscheidenden Punkt noch bei der ganzen Sache. Uns muss bewusst sein, auch wenn das oft eine schwierige Entscheidung ist, das Wichtigste und das Gerechteste ist, wenn diese Menschen eine Chance kriegen, zu arbeiten, eine Ausbildung zu kriegen und der Gesellschaft, der sie jetzt angeht, etwas zurückzugeben. Also nicht in Sozialleistungen hineinschneiden. Also nicht in Sozialleistungen hineinschneiden. Wir haben zwölf Monate mit der ÖVP das Thema diskutiert, haben den Vorschlag gemacht, dass dieses Vorarlberger Modell umgesetzt wird. Dazu sind wir jederzeit bereit. Ich will auch eine Vereinheitlichung in ganz Österreich haben. Wenn es jetzt neue Vorschläge gibt, muss man das diskutieren. Aber bitte nicht, indem wir anfangen, eine Sündenbock-Diskussion zu führen. Beim Thema Gerechtigkeit umreist eine Szene im Film Freundschaft, benannt nach dem sozialdemokratischen Kruse recht gut, ein Dilemma der SPÖ. Wie in jeder Sendung greifen wir kurz in unser Archiv der Filme und Serien und in denen auch politische Themenstellungen behandelt werden. In folgender Szene geht es im Gespräch zwischen Vater und Sohn um Umverteilung. Entschuldige Papa, aber worum geht es wirklich? Geht es um den kleinen Mann? Kleiner Mann. Kleiner Mann kannst du mir jagen. Gesagt haben sie uns, wenn er befreit ist. Der einfache Arbeiter von Ausbeutung, Unterdrückung und 48 Stunden Tag, der will er Bücher lesen, ins Theater gehen und die Museen stürmen. Was macht der undankbare Trottl? Was? Schaut Musikantenstall, lest die Kronenzeitung und wählt die FPÖ. Gut, also dem kleinen Mann geht es nicht. Worum geht es dann, Papa? Geht es um Umverteilung. Umverteilung? Umverteilung, das ist ja ganz was Wichtiges. Das hat auch super funktioniert. Genossinnen und Genossen, nehmt den Reich und gebt den Armen. Halt das, wir sind inzwischen selber reich. Was machen wir da? Wisst ihr was? Nehmt es von den anderen Reichen. Gebt das den Armen. Freundschaft. Ein Szenenausschnitt aus dem Film Freundschaft. Die Arbeitnehmer, die die SPÖ vertritt, sind also dem Dialog im Film zufolge selber reich geworden, wie es da eben geheißen hat. Die Frage jetzt in Anlehnung an den SPÖ-Slogan. Holen Sie sich, was Ihnen zusteht. Wer soll denn jetzt noch was von wem holen? Ja, wir haben gesehen, dass Österreich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hat. Der soziale Ausgleich, auch durch sozialdemokratische Politik getrieben, ist etwas, was unser Land ausmacht. Wir haben aber gesehen, dass nach der Finanzkrise die Dinge aus dem Lot gekommen sind. Wir haben fast acht Jahre lang Realeinkommensverluste gehabt. Wir haben steigende Arbeitslosigkeit gehabt. Und was jetzt notwendig ist, ist, wir sind jetzt wieder zurück in der Erfolgsspur. Die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, wirken. Und jetzt geht es darum, dass die echten, die wahren Leistungsträger, einen Anteil am Erfolg bekommen. Und das ist das, worum es geht. Weil wenn Sie sich ansehen, im Jahr 2016, bei aller Wertschätzung für die Wiener Aktiengesellschaften, wichtige Unternehmen, aber die Ausschüttungen, die Dividenden an der Aktionäre sind um 30 Prozent gestiegen. Die Realeinkommen im selben Jahr nur um 0,5 Prozent. Und das ist ein Ausdruck dessen, dass wir beginnen, in eine Schieflage wieder zu kommen. Und ich will, dass die, die arbeiten, die ihre Beiträge leisten, die in der Gesellschaft sich engagieren, die Kinder großziehen, ihren Anteil am Erfolg bekommen. Das heißt, um auf meine drei W-Fragen zurückzukommen, mich interessiert am meisten, von wem es zu holen wäre. Naja, wir müssen, unsere sozialdemokratische Strategie war immer, wir müssen Österreich erfolgreich machen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir innerhalb Europas einer der reichsten Länder sind. Die Geschichte müssen wir weiter betreiben. Das ist entscheidend. Weil nur wenn man den Wohlstand geschaffen hat, kann man ihn letztendlich auch gerechter verteilen. Aber wir haben in Österreich einen interessanten Leistungsträgerbegriff. Da glauben manche, ja, das sind die Leute, die durch die Seitenblicke springen oder die irgendwelche Motorboote an irgendwelchen Stränden haben. Ich kann Ihnen sagen, wie meine eigene Familie groß geworden ist. Mein Vater war Elektriker, das ist ein wichtiger Punkt, das ist ein ganz entscheidender. War Elektriker, meine Mutter am Ende Hausfrau. Die haben nichts anderes im Sinn gehabt, als dass es ihren Kindern eines Tages besser geht. Die haben hart gearbeitet, sich eine kleine Wohnung und einen Schrebergarten erspart. Und ich möchte diese Familien, von denen es Millionen Fach in Österreich gibt, dass die wissen, es gibt sichere Arbeit, gute Einkommen. Sie können sich aufs Gesundheitssystem verlassen und ihre Kinder in ein gutes Bildungssystem schicken. Und nicht nur, dass die, die zahlen können, früher eine Operation kriegen, Privatschulen für ihre Kinder. Aber die einfache Frage war sozusagen, von wem? Sie haben jetzt gesagt, für wen? Also wer holt sich was? Wie viel? Darauf kommen wir dann noch gleich. Aber von wem? Entscheidend ist, dass die, die Arbeiten und Beiträge leisten Einkommen haben, da gerecht besteuert werden. Da haben wir in Österreich eine besonders hohe Steuerlast im OECD-Vergleich. Das zeigen alle Statistiken. Gleichzeitig haben wir bei den Vermögensteuern die Situation, dass Länder wie Amerika, wie Großbritannien, Schweiz, also wirklich nicht sozialistische Länder, sondern gemeinhin als kapitalistisch betrachtete, höhere Vermögensteuern haben. Also und jetzt haben wir gesagt, damit das gerecht umverteilt werden kann, wollen wir, dass die, die Millionen erben, auch tatsächlich in Zukunft den Beitrag zahlen. Plus, wir haben die Situation, dass hier an der Ringstraße jeder Würstelstand brav jeden Monat seine Steuern zahlt, aber die größten Konzerne der Welt, wie Starbucks, Amazon, nicht. Das ist nicht gerecht. Und das müssen wir wiederherstellen, diese Form der Gerechtigkeit. Kommen wir zur Erbschaftssteuer gleich. Ja, bitte. Um konkret bei einer dieser Steuern bleiben, das ist ja eine Möglichkeit der Umverteilung, nämlich Steuern auf der einen Seite einführen und auf der anderen Seite möglicherweise Entlastungen einführen. Eine Möglichkeit eben der Umverteilung und unter den drei großen Parteien, ÖVP, SPÖ, FPÖ, die da zur Wahl antreten, ist die SPÖ jetzt die einzige, die mit Steuerideen in die Wahl geht. Bleiben wir bei der Erbschaftssteuer ab einer Million Euro. Da meinen Kritiker, dass ja all das Vermögen, dass sich jemand möglicherweise durch so harte Arbeit, wie Sie auch das jetzt von Ihren Eltern geschildert haben, versteuert, zu diesem Vermögen gemacht hat. Und dann würde es wieder besteuert werden im Todesfall. Im Übergang. Aber man muss ganz klar Folgendes sagen. Wenn Sie ein Durchschnittseinkommen nehmen, dann ist es so, dass jemand achtmal auf die Welt kommen müsste und hart arbeiten müsste, um den Startnachteil zu kompensieren, den er gegenüber jemand hat, der eine Million Euro erbt. Und da bin ich der Meinung, das ist nicht gerecht, das ist nicht in Ordnung, weil das bringt unsere Gesellschaft immer weiter auseinander. Und ich bin ja nicht der Meinung, dass die Leute völlig enteignet werden, sondern sie sollen einen Beitrag zahlen, um damit wir in der Gemeinschaft die notwendige Infrastruktur, ein besseres Gesundheitssystem, mehr Lehrer, mehr Polizisten auf der Straße finanzieren können. Erbschaftssteuern ist nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage, sondern auch eine Gegenfinanzierungsfrage, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Und da möchte ich auf einen Punkt kommen, wie die Erbschaftssteuer im Jahr 2007, als sie nicht aus politischen Gründen, sondern aus rechtlichen Gründen vom VfGH abgeschafft und aufgehoben wurde, wie die damals ausgesehen hat. Da hat es nämlich im Jahr 2007 24 Fälle von Erbschaften über einer Million Euro gegeben. Die haben insgesamt an den Finanzminister in etwa knapp 10 Millionen Euro gebracht. Sie veranschlagen das, also die SPÖ veranschlagt das immer mit 500 Millionen Euro, die da zur Gegenfinanzierung dann zur Verfügung stünden. Wie kommen Sie auf diese Rechnung? Völlig zu Recht, weil wenn Sie die Erbschaftssteuer damals mit unserem Vorschlag vergleichen, damals ist bei Immobilien und Grundbesitz der Einheitswert genommen. Wir schlagen vor, die Marktwerte zu nehmen. Das ist ein Riesengepp von einem Vielfachen, das war damals ein Punkt, und Finanzvermögen waren ausgenommen. Die würden wir jetzt inkludieren und damit würde dieses Aufkommen entstehen, das wir da berechnet haben. Aber darf ich noch einen Punkt sagen, weil Sie gesagt haben, wir sind die Einzigen, die einen Vorschlag machen. Wir haben vorgeschlagen, Steuersenkungen insgesamt im Ausmaß von 5 Milliarden vorzunehmen, weil wir glauben, das funktioniert, und darüber hinaus Investitionen in Gesundheit, in Bildung, in Sicherheit vorzunehmen und in den Ausbau von Ganztageskinderbetreuungseinrichtungen. Wir haben uns hingestellt und gesagt, wir machen das ganz ehrlich und sagen auch, wie wir das finanzieren wollen. Jetzt haben wir festgestellt, es gibt andere Parteien, die sagen 12 Milliarden, 14 Milliarden, 19 Milliarden. Da bin ich der Meinung, warum nicht 28? Da müsste man die gesamte Einkommens- und Lohnsteuer nicht mehr zahlen. Das wäre doch angenehm für uns alle. Wie wir dann alle den Straßen, Krankenhäuser und unsere Schulen finanzieren, müssten wir dann nicht mehr. Was wir getan haben, ist, wir sagen, wir wollen ernsthafte Politik machen, seriöse Vorschläge, und deshalb haben wir das so vorgeschlagen. Ich habe nicht gesagt, die SPÖ ist die Einzige, die Vorschläge macht, sondern die Vorschläge für Steuern macht. Die Wertschöpfungsabgabe ist eine zweite solche Steuer, mit der Sie da ins Rennen gehen, die Sie in Zeiten der Digitalisierung und der Robotisierung für nötig halten, weil es immer mehr Unternehmen gibt, die sehr wenig Personal für das Gleiche brauchen, was sie bisher gemacht haben, bald keine mehr. Was kostet die Unternehmen diese von Ihnen konzipierte Wertschöpfungsabgabe? Ja, wir haben zunächst einmal vor, die Lohnnehmkosten um drei Milliarden zu senken. Aber wir wissen, wir brauchen einen Einstieg in ein neues Finanzierungsmodell, weil die Lohnquote, also der Anteil der Löhne im Volkseinkommen, sinkt immer weiter. Die Gewinnquote steigt. Das ist die Situation. Das wird auch weitergehen. Und deshalb brauchen wir ein anderes Modell, mit dem wir unseren Sozialstaat finanzieren können. Die Gesundheit, die Pflege, die Familienleistungen zum Beispiel. Und unser Vorschlag ist gewesen, insbesondere personalintensive Betriebe, die viele Menschen aufnehmen, zu entlasten und andere sozusagen hier nicht im selben Ausmaß profitieren zu lassen. Unterm Strich kommt bei unserem Modell raus, dass Personalintensive, zum Beispiel im Handel, in der Gastronomie, im Tourismus maßgeblich profitieren würden, andere gleich bleiben würden und die einzigen, die einen Nachteil hätten, wären die großen Energieunternehmern. Das ist das Ergebnis dieses Modells. Da führen der Kritiker oft ins Treffen, dass es gerade dann, wenn also diese Steuer kommt, es innovationsfeindlich sein könnte, weil sich Kredite verteuern und dann natürlich auch weniger investiert wird. Ja, aber die Kritiker sind ja die üblichen Verdächtigen. Das sind meistens Institutionen, die von industriellen Vereinigten und großindustriellen Superreichen auch mitfinanziert werden. Der springende Punkt dabei ist, wir haben ja bewusst bei unserem Modell die Investitionen ausgenommen, indem wir die Abschreibungen ausnehmen. Das haben wir bewusst gemacht, das haben wir verstanden und das muss balanciert sein. Aber offen gesagt zu wissen, dass es immer schwieriger wird, unser Gesundheitssystem zu finanzieren, unsere Pensionen zu finanzieren, natürlich brauchen wir da Reformen und Einsparungen. Aber es muss uns auch bewusst sein, dass die Finanzierungsgrundlage schwindet. Jeder, der sich nur ein bisschen in der Welt umschaut, weiß, was das bedeutet. Da müssen wir uns vorbereiten. Das ist der Vorschlag, weil alles andere ist die Ignoranz der Zukunft und ist den Menschen Sand in die Augen streuen. Apropos Zukunft, ich habe zuerst gesagt, Sie führen diese Wertschöpfungsabgabe ins Treffen, weil die Perspektive da ist, dass sehr viele Berufsbilder eben ersatzlos auch wegfallen. Da gibt es unterschiedliche Studien, wie viele Berufe es in Österreich in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr gibt. Da gehen die Zahlen weit auseinander. Aber dass es in diese Richtung geht, ist unbestritten. Und eine Möglichkeit, dem zu begegnen, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Also Geld für alle, unabhängig davon, wie bedürftig sie sind, ohne arbeiten zu müssen. Was halten Sie davon? Also ich bin kein großer Anhänger davon, weil ich Arbeit für mehr als bloß für den Brot-Ewerb halte, sondern es ist eine Frage des Selbstwertgefühls auch für Menschen. Das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir akzeptieren die Arbeitslosigkeit in der Gruppe plus 50 nicht und haben gegen den Widerstand der ÖVP, den lange Hinhaltenden, dann diese 20.000 Jobs für L3 Arbeitslose durchgesetzt. Und zwar nicht nur, weil es mir um die Einkommen geht, sondern jeder, der einen solchen Fall in der Familie oder im Freundeskreis hat, weiß, wie sich das anfühlt, wenn du hunderte Bewerbungsschreiben ablieferst und nicht einmal eine Antwort bekommst. Und deshalb habe ich gesagt, da geht es um 20.000 Mal Würde, Respekt und Zukunftsperspektiven. Also Arbeit halte ich nach wie vor für einen Schlüsselbegriff und deshalb bin ich der Meinung, wir sollen schauen, die Menschen in Arbeit zu bringen. Mein Konzept ist, 200.000 zusätzliche Jobs zu schaffen. Damit kommen wir wieder annähernd Richtung Vollbeschäftigung und das steht im Mittelpunkt meines Denkens. Das ist natürlich eine aktuelle Reaktion auf die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt. Ich habe jetzt schon von einer größeren Perspektive gesprochen bis zur Mitte des Jahrhunderts, wo die Frage ist, ob man solche Weichen stellen soll wie bedingungsloses Grundeinkommen in Finnland. Gibt es beispielsweise so ein Modell, Kulturminister Trotz, der hat vorgeschlagen, einmal von Ihrer Partei vorgeschlagen, für Künstler das probeweise für zwei Jahre einzuführen. Also das ist nicht das, worauf Sie hinaus wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin davon überzeugt, wir stehen vor einem Großumbau unseres Sozialstaats, auch der ganzen Finanzierungsströme. Das muss man sorgfältig prüfen. Ich glaube, dass jetzt die Antwort unter Stein der Weisen noch nicht gefunden ist. Deshalb haben wir mit der Wertschöpfungsabgabe gesagt, wir machen das nicht im großen Stil, sondern drei Milliarden Senkung, eine Milliarde holen wir uns wieder durch dieses Modell und probieren das einmal aus, so wie das heute zum Beispiel in Italien ist und finanzieren einen Teil der Familiensozialleistungen so. Weil wir gerade bei Sozialleistungen und bei Arbeitsmarkt sind, würde mich dann noch eine europäische Dimension in diesem Zusammenhang interessieren, da die SPÖ sich immer sehr europasolidarisch und europafreundlich gibt. Und ich würde gerne wissen, wie viel Österreich zuerst mittlerweile in der Haltung der SPÖ gegenüber der EU steckt. Stichwort Inländerbonus und Familienbeihilfenkürzung für im Ausland lebende Kinder. Ja, wir haben folgende Situation. Ich bin der Meinung, alle großen Probleme, die wir in Europa haben, auf der Welt haben, können wir nur in einem Europa besser bewältigen. Das betrifft die Migration, die Sicherheitspolitik, aber vor allem auch die Wirtschaftspolitik. Und das bedeutet auch, Österreich bekommt viel von der Europäischen Union. Wir profitieren ganz maßgeblich. Aber wir haben uns auch solidarisch zu zeigen, wenn es vielleicht nicht immer angenehm ist, wenn es darum geht, eine Rechnung auch zu begleichen. Ich erlebe aber zunehmend, dass wir in Europa eine Entsolidarisierung haben. Wir erleben das bei der Flüchtlingsfrage, wo Länder wie Ungarn, Polen sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, die anderen Länder eigentlich im Stich lassen. Man kann es nicht so anders nennen. Und wir sehen dasselbe auch bei der Entzähnung von Arbeitskräften. Weil was wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, waren, dass billige Arbeitskräfte aus Osteuropa nach Österreich gekommen sind, nicht sich an die Spielregeln gehalten haben, unser Lohnniveau ja unterfahren haben, Sozialniveaus auch unterfahren haben. Und das geht nicht, weil das kostet unseren Klein- und Mittelbetrieben Aufträge, das kostet den Arbeitnehmern Jobs und kostet uns allen Steuereinnahmen. Und mein Plädoyer ist in Europa ständig, und das haben wir jetzt mit dem Emmanuel Macron ja jetzt auch fortgesetzt, dafür zu sorgen, dass sich alle solidarisch verhalten. Dass das nicht so sein kann, dass ein Land auf Kosten eines anderen profitiert. Das ist übrigens auch bei der Steuervermeidung so. Wenn Irland sich weigert, von Apple 13 Milliarden einzufordern, die die Steuern nachzahlen müssten, und zwar deshalb, weil sie bei uns in unseren Ländern keine Steuern gezahlt haben, dann ist das auch nicht solidarisch. Und dann ist das weniger in Österreich zuerst, als ein Plädoyer zu sagen, jeder macht seine Hausaufgaben und jeder leistet für den Zusammenhalt was. Aber die Idee einer Sozialunion, die Sie ja vertreten, heißt dann eben nicht eine Harmonisierung all dieser Sozialsysteme, sondern eher ein nationales Abschotten im Hinblick auf ein Gefälle in den Sozialleistungen der verschiedenen Länder, insbesondere dort, wo eben die von einem Land ins andere in größerem Umfang zuwandern, als das natürlich in anderen Ländern der Fall ist. Nein, aus meiner Sicht sind es andere Prioritäten. Und die erste ist, gleicher Lohn am gleichen Ort ist für mich ganz ein entscheidendes Prinzip. Aber das zweite ist, wir brauchen mehr Europa bei all diesen Fragen. Wir bleiben Sie bei dem Steuervermeidungsthema. Der Umstand, dass wir es nicht geschafft haben, eine einheitliche Steuerbemessungsgrundlage in Europa zu schaffen, beschäftigt uns heute. Ich halte es auch für ein großes Problem, dass wir zwar bei einem Budgetdefizit Strafen haben in Europa, Inflationsziele haben, aber dass wir keine gemeinsamen Ziele haben, zum Beispiel bei Arbeitslosenquoten oder bei Investitionsquoten, die wichtig sind, um in Zukunft den Wohlstand zu mehren. Da brauchen wir überall mehr Europa und dann gilt auch Fairness. Fairness heißt, jeder zahlt seine Steuern, keiner betreibt Lohndumping und jeder übernimmt seine Verpflichtungen auch in der Migrationsfrage. Das ist mein Plädoyer. Kommen wir nach den konkreten Inhalten jetzt fast schon wieder am Schluss. Noch einmal zur Politik im Allgemeinen. Gestern ist es in unserer Diskussionssendung im Zentrum um die Inszenierung von Politik gegangen. Sie haben eins gesagt, die Politik lebe in hohem Maße davon. In diesem Zusammenhang wollen wir uns jetzt noch einmal einen kurzen Filmausschnitt anschauen, greifen dazu also in unser Archiv zu den Vorstadtweibern. Sie haben die Serie vielleicht gesehen, da ist es unter anderem darum gegangen, wie ein schwuler Minister für seinen Wahlkampf eine Ehe erfindet und sich mit dieser Frau auf den Weg zu einer Wahlveranstaltung im Gemeindebau macht. Wenn wir zusammen wohnen, macht es in der Öffentlichkeit ein besseres Bild. Wenn dir das Gästezimmer nicht so klein ist? Nein. Mit dem Hochzeitstermin bist du einverstanden? Ich finde, es geht ein bisschen schnell. Der Bernd meinte, es wäre gut, wenn wir das Ganze noch vor den Wahlen über die Bühne bringen. Schön formuliert. Im kleinen Rahmen, nur standesamtlich. Wir wollen das PR-technisch ganz exklusiv auswerten. Kannst du mir das klein zumachen? Das geht leider gar nicht. Schatz, das ist eine Gemeindebauveranstaltung. Oh mein Gott. Der Mantel. Ja, was ist damit? Geht gar nicht. Lass ihn einfach weg. Ja, du warst. Walter, dinken. Danke, Walter. Das war so. Winken, komm. Du schön, winken. Winken, komm. Politik ist Inszenierung. Das wird natürlich in dieser Szene aus den Vorstadtweibern sehr überzeichnet dargestellt. Ich sollte öfter fernsehen. Ich habe auch das verpasst. Aber Sie haben eins gesagt. Es seien gleich 95 Prozent des Anteils, was geschieht und öffentlich gemacht wird im Zusammenhang mit Politik, was Inszenierung ausmacht. Warum so viel? Wenn man so will, war das eine Analyse, die ich eigentlich, jetzt kann man über Prozente diskutieren, aber im Grunde nach wie vor aufrechterhalte. Weil der springende Punkt ist, Inszenierung ist ja nicht, wenn man so will, das Vordergründige, sondern vielfach werden politische Diskussionen, Themen vom Zaun gebrochen, um zu zeigen, dass man der härteste Knochen ist. Das Islamgesetz ist zum Beispiel so ein Punkt. Da hat man gesagt, wir machen da was und gehen da vor und gegen den Islam in Österreich. Und im Weiteren hat man dann zum Beispiel ein Gesetz gemacht, wo man tolle Pressekonferenzen hatte, sagen konnte, wir haben wirklich was getan, sich hinstellen. Und die Wahrheit ist am Ende ein Gesetz rausgekommen, das im Weiteren kaum exekutierbar ist. Parteienfinanzierungsgesetz ist das nächste Thema, weil das gestern auch Diskussionspunkt war. Ich komme aus einem Unternehmen und da bist du gewohnt, eine Analyse zu machen, Maßnahmen zu entwickeln, umzusetzen, umzusetzen und umzusetzen. Und was in der Politik meine Erfahrung in den letzten 15 Monaten ist, dass die Leute so reden und ganz was anderes machen und an der Umsetzung oft nicht interessiert sind, weil sie das mit der Mittelmeerroute gesagt haben. Auch das ist natürlich Inszenierung gewesen, weil die wirkliche Arbeit findet ja ganz woanders statt. Aber da stellt man sich hin, produziert Titelgeschichten und eine Inszenierung um etwas, was in der Region nicht stattfindet, weil es nicht einmal eine Uneinigkeit gibt. Sie bewerten jetzt sozusagen Gesetze oder Gesetzesvorschläge, die schon Inszenierung werden. Worauf natürlich dieser Filmausschnitt etwas mehr hinführen hätte sollen, ist der Unterschied dazwischen, dass man einen solchen Vorschlag inszenatorisch vermittelt, wie zum Beispiel den Plan A nicht bei einer schlichten Pressekonferenz in einem Wiener Kaffeehaus vorstellt, sondern in einer Welser Messehalle mit entsprechender Show rundherum. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich so die Inszenierung der Inszenierung wegen, wenn man am Kirchtag tanzt oder beim Marathon mitläuft. Zu sagen, wie viel ist unumgänglich? In einer gewissen Weise gehört das dazu, die Dinge an den Mann zu bringen. Ich darf Ihnen nur schildern, ich habe heute am Vormittag eine Pressekonferenz gehabt mit dem Executive Director des World Energy Forums. Und da haben wir unseren Plan für den Klimawandel vorgestellt. Wir wollen massiv 40 Milliarden in den Ausbau erneuerbarer Energie und der Steigerung der Energieeffizienz und der Förderung von Umwelt- und Energietechnologie rein. Wir beide haben uns dort heute nicht gesehen, Ihre Kollegen vom ORF auch nicht. Es ist ein sperriges Thema, geht es um viele Zahlen für unsere Zukunft, aber entscheidend, weil da hängen Jobs dran. So, wenn du es also nicht schaffst, das, wenn man so will, spektakulärer darzustellen oder das aufzubauen, dann interessiert das kaum jemand. Und was ich gelernt habe, ist, in der Politik werden bewusst Konflikte zugespitzt, bewusst Konflikte gesucht, weil die Medien über kaum was anderes in der Lage sind oder willens sind zu schreiben. Und das habe ich gemeint mit dieser Kritik damals. Blick wir jetzt ganz zum Schluss noch kurz in die Zukunft. Im Plan A ist auch vorgesehen eine Reform des Wahlrechts, die zum Inhalt hat, dass jene Partei, die als Stärkste aus der Wahl hervorgeht, automatisch das Recht haben soll, den Kanzler zu stellen, also die Regierung anzuführen. Jetzt wird es natürlich nach dieser Wahl kein entsprechendes Gesetz geben, aber werden Sie sozusagen in diesem Sinne handeln und sagen, ich werde nur Bundeskanzler sein, wenn die SPÖ auch als stärkste Partei aus der Wahl hervorgeht? Für mich ist das ganz klar. Wenn wir Erster sind, werden wir den Bundeskanzler stellen, dann werde ich Bundeskanzler bleiben. Wenn wir das nicht sind, dann wird uns die Rolle der Opposition bleiben. Sie haben gesagt, Ihr Projekt zur Rettung, nein, zur Restaurierung der Sozialdemokratie sei auf zehn Jahre angelegt. Bleibt es dabei, auch wenn es eben nicht in der Regierung der Fall ist? Nein, ganz sicher. Ich habe eine Berufskarriere aufgegeben. Ich habe in diesem Land unglaublich viel Glück gehabt und genossen, hier durch Politik meine Karriere zu machen. Ich bin dem Land, der Politik in dem Land auch wirklich verbunden, fühle mich verpflichtet und ich habe gesagt, mir geht es ja nicht darum, meinen Lebenstraum zu verwirklichen. Ich habe wirklich alles, was ich brauche. Mir geht es darum, dass die Menschen in Österreich den Lebenstraum verwirklichen können. Wir sind jetzt wirklich besonders erfolgreich, sind am Weg wieder zu einem Vorzeigemodell und jetzt geht es darum, wie gestalten wir die nächsten zehn bis zwanzig Dekaden. Und das ist ein Marathonlauf, da sagt man nicht nach 18 Monaten, nein. Also als erster Bundeskanzler, als zweiter schon Oppositionsführer. Davon gehe ich aus, dann wird es wohl ein schwarz-blaues Bündnis geben. Vielen Dank für das Gespräch, meine Damen und Herren. Das war das letzte von fünf Sommergesprächen. Ich hoffe, Sie haben zumindest ein Stück weit mehr Orientierung bekommen. Dadurch ganz so zurückgelehnt und entspannt, wie Sommergespräche sein können, waren Sie natürlich nicht zu jeder Minute dieser Sendung. Aber das ist ohne Zweifel dem herannahenden Wahlkampf geschuldet. Wie dieses Sommergespräch jetzt bewertet wird, das sehen Sie gleich im Anschluss in der ZIB 2. Bei Armin Wolf ist heute Martina Salomon zu Gast vom Kurier und Rainer Nowak von der Presse. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für das große Interesse an den Sommergesprächen, auch für die vielen Anregungen, die ich per E-Mail von Ihnen bekommen habe. Wir konnten natürlich aufgrund der Zeit nicht alles auch in den Gesprächen unterbringen. Aber wir haben in der Redaktion über all das diskutiert, was Sie uns da geschickt haben. Und bei dieser Redaktion unter der Leitung von Robert Stoppacher möchte ich mich ganz herzlich jetzt auch noch bedanken für diese Begleitung durch den Sommer. Von Ihnen verabschiede ich mich für heute. Auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.